So, die Crystal ist heute zu Besuch. Die will nämlich heute mit streamen, die Spotlight Stunde. Da ist sie, da ist ihr Döner. Und hier auf dem Boden ist die Tinkerbell. Guckt euch das mal an. Und die macht jetzt gleich Bekanntschaft mit dem Adi. Ich glaube die Tinkerbell freut sich mehr als der Adi. Die kennen sich eigentlich schon. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Adi reagiert. Wenn die Tinkerbell da reinkommt. Letztes Mal hat der Adi die Tinkerbell einfach die ganze Zeit durch die Wohnung gejagt. Mal gucken, wie es diesmal ist. Ich muss den Schlüssel wieder eine Stunde suchen. Tür auf, rein. Adi ist schon fort. Ich glaube der Adi ist im Schlafzimmer, oder? Ich habe gerade um die Ecke geguckt. Adi. Adi, guck mal. Adi, lauf mal hin. Ich triebe, triebe. Adi, ja. Geh mal hin. Guck mal. Einfach vorbeigelaufen. Was ist denn das für ein Ding? Ein Stinktier. Guckt es euch an. Adi, du bist heute so ruhig. Du fauchst gar nicht. Die Tinkerbell freut sich, wie immer. Ja, die stinkert rum, wie immer. Adi. Ja, Adi, komm, geh hin. Schnapp's dir. Frischfleisch, los. Und der buschige Schwanz. So buschig war der Schwanz noch nie. Und wieder hinein. Gut, ich glaube wir geben denen mal Zeit, sich aneinander zu gewöhnen. Für die nächsten paar Stunden. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Adi. Adi, da geht er an ein Futter. Verteidige dich. Los. Ich höre jetzt die Leute wieder sagen, dass das nicht gut ist, wenn ins Revier der Katze eingedrungen wird und irgendwas anderes. Ja, wenn mal eine andere Katze da ist oder wenn man sich wirklich mal einen Hund anschafft, die müssen ja auch irgendwie mal klarkommen oder so, dachte ich. Deswegen. Schau mal, was hast du hier hinter mir? Das ist meine Stream-Hintergrund-Dings-Ding. Ich glaube, die sind friedlich, ja. Okay, jetzt fängt er an zu knurren. Die will mit dem Spiel zu spielen. Naja. Das letzte Mal hat Adi wirklich die Tinkerbell die ganze Zeit durch die Wohnung gejagt. Ist richtig hinterher, hat danach gegriffen, hat rumgefaucht, aber jetzt... Halbzeit der Schwanz ist dick und bushy. Der Rest... Der Rest ergibt sich dann. Das sieht doch nicht dein Schlüpfer aus, was machst du denn? Das war ein Geschirr für die Leute, die das jetzt wieder in den falschen Hals bekommen. Was denn für ein Geschirr? Da stehen Nüsse. Ja genau, wie? Die bringt Geschirr mit. Hast du keine Teller oder was? So, vielleicht können die sich ja trotzdem jetzt ein bisschen miteinander beschäftigen. Das wäre nämlich richtig toll, damit die Christel ihren Döner essen kann. Das war's, glaube ich, von meiner Seite aus und von Adi und von Tinkerbell. Mal gucken, wer es überlebt, wer in die nächste Runde kommt und wer die Wohnung wieder lebend verlässt. Komm, Adi, nochmal hin. Aber guck jetzt jetzt, trotzdem. Gehst sie hin. Es ist... sehr unspektakulär. Wusch. Wuschel, wuschel. Die hat doch schon wieder eine Läuse, die juckt sich die ganze Zeit. Ja, die... ist ein Stinktier die ganze Zeit. In den Schrank gefallen. Adi sei lieb. Ich brauche mich so sehr. Ja, versteckt die sich hinter einem, ha? Na, Adi. Kann ich nicht verstehen, dass ihr da loslasst. So. Lauft nochmal vorbei. Dann beenden wir's. Na los. Lauf vorbei. Lauf vorbei. Oh, jetzt. Willst du auch wieder auf den Schuss? Gleich zwei mit einem. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Du, die Kopf ist gleich. Genau, setz dich hin. Alles wird gut. Ah, die Wurst. Huch. Und jetzt noch den Bärchen da. Gut, wir lassen die Christel jetzt lieber erstmal ihren Döner essen und melden uns zurück, wenn... wenn nur noch ein Tier da ist.